Ich nehm die Kiste. Nein, nehm ich so schnell die Kisten weg. Ja, nimm du das Schwert raus. Ich hab nämlich zwei. Hier nehmen wir die Kartoffeln. Da oben sind sie. Noch eine giftige. Können wir da noch etwas rausschmeissen. Färten sind wichtig. Ach, diese Emel ist schon. Es gibt so eine Zebra. Hallo Fuchs. Du hast so extrem schlechte Text. Hier. Wohnung. Also mal das Zeug reinlegen, das wir gerade nicht brauchen. Blueberry. Goldbraun. Giftige Karotten. Blueberry, wo ich brauche von mir? Goldbraun. So, ähm... Ja, aber wir haben noch keine Stern. Für den Anfang. Natürlich machen wir eine riesen Wohnung, riesen Palast und so. Wir haben noch nicht mehr. So, das Spawn werde ich dann nicht unbedingt zeigen. Also ihr wollt es natürlich. Es soll ja in Let's Show bleiben. Oh, Marmor. Sehr schön. Hier haben wir Eisen. Ah, ich hasse das Winter. Was nicht auf der Reihe ist, die Spitzhacke. Ah, toll. Das ist schon eine Eisenspitzhacke. Ich habe keine Kohle. Ich habe keine Kohle. Ich habe keine Kohle. Ich habe keine Kohle. Ja, toll. Das bringt so wenig. Hm. Ähm... Wir machen eine Eisenspitzhacke. So. Jetzt legen wir hin. Und jetzt... Ähm... Nehmen wir mal die Spitzhacke dorthin. Diese auch. Und... Alle rein. Koppeln. Und pflanzen mal ein paar Sachen an. Hier haben wir einen schönen Platz. Einen schönen Strand. So. Alle Bücher brauchen kein Wasser. Deshalb... hier die Bücher. Und... Blueberry-Busch. Und... Das reicht. Wir wollen uns nicht von Bernf ernähren. Eck da. Noch ein paar Dinge. Wir brauchen ja. Blaues Holz. Äh... Grünes Holz. Trotz nach hier. Leg in Kiste. So. Ja. Mach Tür... Äh... Mach... Türme... Äh... Mach... Türme... Äh... Ich kann mit der Tastu so links... ganz links nicht... Schreiten, wenn die Tastu ganz links ist. Weil ich hab noch paar Sachen... hier... auf Drei... ... Licht rein. Kartoffeln rein. Karotten raus. Kottensitz rein, Baleisitz rein, Samen rein, Zucker rein, Warten rein, Gisaisitz rein, Erder rein, Brot raus, Faden rein, Eisnäß rein, Dizis rein, so. Wo ist drin? Das Tier. So, so, so. Okay. Heh, die Palme ist schon gewachsen. Also, dann müssten wir noch ein paar Erze finden. Oh, dort sind Kohlerz. Solche Erzhügel, die ich nehme, also. Jo. Oh, nochmal so ein Hexed Essence Blümchen. Diesmal kein Gold oben. Schade. Unten ist da auch nichts mehr. Wieso kann ich das nicht einsammeln? Hm. Da ist ein kaputter Tower. Oh, selber leckt. Da ist ein kaputter Tower. Ist selbst was drin. Eine Kiste. Oh, shit. Schnell ab. Die brauchen wir wirklich nicht. Aber eine Kiste mit nichts drin. Jo, eine Eisenfeldhocke. Okay. So. Das war alles. Gehen wir wieder runter. Oh, damn. Nein. Dir. Ah, das sind die glowing Sachen. Pilzchen. Ähm. Fucken, genau. Knochen. Hier ist ein bisschen Gold. Ja, in diesem Mod findet man die wichtigen Erze schon oben. Und auch ein bisschen häufiger. Damit man es nicht auf das Main konzentrieren muss. Da musst du anpflanzen. Da musst du anpflanzen. Was ist denn das? Irgendwann ein Vogel hat das gemacht. Hm. Und dort auch. What the fuck? Okay. Okay. So. Mal roll das. Die Karotten. Gut. Aber das machen wir nur am Anfang. Bis sie uns wärmen können. Bis sie ausgeleitet haben am besten. Bis sie ausgeleitet haben am besten. Kannst du auch. Team Set. No. So. So. So kann ich hier keine platzieren. Mach ich das hier so. So. Diese Stahlokniten und die alten Stockniten. Nein. Was weiß nicht wie wie die heißt. Die bringen nichts. Das sind nur Dekorationen und fungieren als Spinnennetz. Ein bisschen schwächer als Spinnennetz. So. Gehen wir noch oben. Letzten brauchen wir nicht. Hier noch ein bisschen. Eisen. So. Alles gut. Ja. Dich brauche ich jetzt momentan nicht. Okay. Lieber hoch. So. 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 Meinen. So. Nassouli. Immer gut. Ein bisschen zum Färben. Es gibt aber mehr Crafting-Rezepte hier. Die Skelette sind sehr stark. Du blöde Skelette. Schlauer sind sie irgendwie auch. Ach egal. Noch ein Höhle-System. Nimm mit, sehr wertvoll. Oh, ein Chocopedia. Mit denen kann man die besten Rüstungen machen. Braucht man aber sehr viel. Nein, ich hab geflutet. Gut. So, ich bin wieder draußen. Ist das nicht so eine volle? Ja, ist eine volle. Oh, das ist wahrscheinlich ein Pinguin. Genau, das ist ein Pinguin. So komischer Ton. Hm. Ich glaub ich mach jetzt daraus ein Let's Play. Okay. Ich hab irgendwie Bock. Ein Let's Play zu machen. Beim rosa Baum. Mal schauen ob es kommt. Das geht nicht alles. Aber fast alles. Es geht nicht alles. Wir haben doch ein Crafting-Table. Nicht mehr. Ähm. Ja, toll. Wir haben zu wenig Eisen. Wir brauchen Holz. Hier. Stöcke. Nein. Falsch. So. Jetzt. Weg. Weg. Gut. Jetzt geht's schon schnell. Weg. Wir setzen die beiden immer wieder hin. Wir nehmen den Rest mit. Wenn wir die irgendwas rausnehmen, wäre vielleicht besser. So. Wir brauchen nämlich die Sterne.